Reaper, der erste Programmstart. So, wir starten Reaper mit der linken Maustaste. Doppelklick auf das Programm-Symbol. Nach einem kurzen Begrüßungsbildschirm öffnet sich das Programm. Wir sehen drei Zonen. Wir haben hier einmal die Track-Ansicht, da ist noch nichts zu sehen. Wir haben hier die Noten-Ansicht und hier unten die Mixer-Ansicht. Das kann man verändern, wenn man möchte. Wir belassen das erstmal so. Für den Anfang brauchen wir erstmal einen Track. Und diesen Track fügen wir folgendermaßen ein. Rechte Maustaste in diesen Bereich hier. Insert New Track. Man kann auch alternativ die Taste Steuerung und T benutzen. Ctrl T im Englischen. So, was ich jetzt habe, ich habe eine Spur erzeugt. Ich drücke hier auf den FX-Button. Das ist der Knopf, der für Effekte und weiteres zuständig ist. Und was ich jetzt hier sehe, ist schon ein Fenster, wo man auf die verschiedenen Effekt-Kategorien zugreifen kann. Man sieht, Reaper ist rewirefähig. Reaper hat bestimmte Instrumente, die man aufrufen kann und zwar in verschiedenen Gattungen. Es gibt einmal den DX-Standard, es gibt den DXi-Standard, also einmal das sind Audio-Effekte, das sind Instrumente, das sind VST-Effekte und das sind VST-Instrumente. Und wie wir schon sehen, ist hier noch nicht so viel los in dem VST-Effekte und da müssen wir gleich noch was machen. Es gibt von Reaper einen eigenen Standard, diesen JS-Standard und um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, gibt es von Reaper die eigenen Effekte nochmal in einem Unterordner namens Kokos. Das ist die Firma von Reaper und da kann man sehen, was Reaper schon mit an Bord hat. Unter anderem einen sehr guten EQ, einen Kompressor, einen Mehrband-Kompressor, wir haben Gate, wir haben Reverb. Eigentlich alles, das wir für eine grundlegende Autoproduktion brauchen. Wir müssen erstmal schauen, dass wir in diesen VST-Ordner was reinbekommen und zwar in den VST-E-Ordner. Ich möchte ja das Programm Linux-Sampler benutzen und wie mache ich das nun? Ich muss Reaper erstmal sagen, dass ich auf meinem PC einen VST-Ordner habe. Das machen wir jetzt mal. Wir können entweder hier in Options reingehen und dann in FX-Plugin-Settings oder wir erreichen das gleiche auf folgendem Weg. Wir gehen hier in Options und dann in Preferences. So, was ich dann habe ist folgendes. Es öffnet sich ein Unterfenster. Ich sehe hier Plugins VST und auf der rechten Seite sehe ich eine Möglichkeit einen Ordner einzugeben. Ich habe das hier schon gemacht und zwar habe ich auf meinem PC unter C Doppelpunkt slash Musik slash VST-Plugins einen Ordner einfach selbst angelegt.